Generell habe ich es sehr gerne mit Menschen zu tun und in der Pflege arbeitet man mit Kollegen, die aus unterschiedlichen Berufsgruppen sind, zum Beispiel Ärzte, Physiotherapeuten, Logopäde, der Austausch ist zwischen den Kollegen, das macht mir Spaß, aber das Beste dabei ist auch, man arbeitet mit Patienten, mit Menschen, vielen Menschen und an Menschen und das finde ich persönlich super. Ich habe auch vor, dass ich eine weitere Weiterbildung mache. Ich bin hier auf der Intensivstation seit mehr als einem Jahr. Ich entscheide noch, ob ich die Weiterbildung zu Strockeners mache oder die Fachweiterbildung zur Anästhesie und Intensivpflege Fachkraft. Das Besondere im Pflegeberuf ist, wenn der Patient am Ende Danke sagt, das gibt mir innerlich viel Kraft. In der Pflege eine Ausbildung zu machen, braucht man prinzipiell nur drei Sachen. Wenn man lernbereit ist, wenn man einsatzbereit ist und wenn man ein gutes Herz hat, dann kann man es wirklich schaffen.